Und gleich wieder da, gleich weitergespielt, ist ja klar. Tja und damit herzlich willkommen hier beim ganz neuen Kanalvorstellung Part 2. Ja, heute habe ich mir wieder ein paar geistig kranke Menschen ausgesucht, dessen Hobby es ist in der Freizeit, Spiele zu spielen und dabei sich selber aufzunehmen, wie sie ihre perversen Kranken, ach ist doch egal. Nein, Blödsinn, natürlich nicht. Und zwar heute fangen wir mit Trollshit Let's Play an. Es sind ja glaube ich zwei Hirnis, die das machen, glaube ich zumindest. Ja, ist möglich. Haben zwei verschiedene Stimmen, also wird es wahrscheinlich so sein. Ja, und der Anfang macht hier der eine von beiden. Ja, was es hier zu sehen gibt, sind Penubra, das ist so ein kleines Horror-Survival-Spiel. Darkest Eastland, das ist so vom FPS-Shooter erstellte Spiel, das ja auch der eine spielt. Der Corridor auch ein Horror-Spiel eben, Slenderman, kennt ihr ja auch. Das gibt es eben hier zu sehen. Ja, was ich gemerkt habe, ist eben, die Tonqualität hat mir sehr gefallen eben hier bei Darkest Eastland, sehr sauber. Bei Penubra hat es immer wieder ein bisschen gerauscht und so und war immer ein bisschen zu laut. Aber das ist verträglich, sagen wir es so. Ja. Ja, der tut die Kisten an uns. Kisten, nein! Beschützt mich, Kisten. Danke. Kisten beschützen mich, muss ich mir merken. Ja, mich beschützen keine Kisten. Dann fangen wir auch direkt weiter. Liebe Kinder, lasst mich euch heute eine Geschichte erzählen. Eine Geschichte, die so weltbewegend, aufregend und spannend ist, dass ihr noch euren Enkeln davon erzählen werdet. Denn letzten Freitag trug es sich zu, dass der Messias, der Abo-Jünger, Chimpanse rief und alle kamen. Alle kamen, um mit ihm eine Runde Battlefield 3 zu spielen. Battlefield 3, das Spiel, das die Herzen erwärmt und das den Zeigefinger so unruhig zucken lässt. Es war bei bestem Wetter, bei bester Stimmung und bei bester Laune, als das Match begann. Doch es kam anders, wie das meistens im Leben ist. Anders, als man denkt. Und plötzlich verdunkelte sich der Himmel über uns. Und die Schlacht begann. Ja, jetzt noch gerade nicht. Das ist die Einführung von C4 Risply LP. Warum ich den, kann er auch noch heute hier vorstelle. Ich finde den seine Stimme saugeil. Ganz ehrlich, wenn du das hier siehst, ich finde deine Stimme ziemlich geil. Also eigentlich müsstest du mit deiner Stimme keine Let's Plays machen, sondern eigentlich Hörbücher aufnehmen. Die würde dich sowas von hoch und runterziehen. Und meine ganz klare Empfehlung, hört euch das rein, es ist echt saukool. Was ich, wenn du das siehst, das Video, wirst du es wahrscheinlich sehen. Es bleibt ja nichts anderes übrig, als... Wie sagt man? Wer hätte es nicht gern, wenn man über seinen eigenen Kanal oder über die eigene Person Honig gegossen wird? Jeder hat das gern. Das ist so eine eigene Art Befriedigung des Egoismus. Besonders wir Spieler, wir haben ja keine Freunde und werden natürlich nie gelobt. Wir kriegen immer nur so ein LOL und Loop zu hören. Und wenn wir mal was richtig machen, steht da eh direkt Cheater. Daher ist es ja sehr toll, wenn du mal gelobt wirst. Hat natürlich nur Spaß, ne? Ja, auf jeden Fall habe ich mir seine Sachen angehört. Wir hören gleich direkt noch weiter. Ich fand es saugenial. Und wenn du das jetzt hörst, sage ich mal so, hey, mach noch andere Spiele als nur Battlefield. Battlefield, das ist okay. Es ist ein Multiplayer-Spiel. Aber ich würde sogar sagen, mit seiner Stimme könnte er sogar Rollenspiele spielen oder Indie-Spiele. Ich meine jetzt Indie-Spiele, wo... So wie Penubre, wenn ich es dir sagen darf. Da gibt es ja immer wieder so Texte, also man findet ja Nachrichten und so. Und die sind ja nicht gesprochen, sondern die muss man meistens vorlesen. Mit deiner Stimme solltest du genau diese Texte vorlesen. Das wäre echt pornogeil. Das wäre echt... Also wenn du mal Bock auf sowas hast, mach das mal. Hey, das ist echt geil. Und ja, warum hören wir nicht ein bisschen weiter? Für mich ist es ein bisschen laut. Ihr könnt ja eh auf seinen Kanal gehen und seine Videos anschauen. Aber gucken wir doch mal weiter. Ja, hallo und herzlich willkommen nochmal. Mein Name ist Chris und ich habe hier heute mal im Hintergrund ein Gameplay laufen und mache ausnahmsweise mal keine Live-Commentaries dazu. Denn aus dem einfachen Grund, dass ich bei dem Ton, bei dem Originalton den Teamspeak mit aufgenommen habe und das bringt es dann eben doch nicht, weil ich hier natürlich nicht die ganzen anderthalb Stunden, circa anderthalb Stunden von dem Abend reinstellen möchte. Macht einfach keinen Sinn. Ich habe auch gar nicht alles aufgenommen. Am Anfang hatte ich gar nichts aufgenommen. Ja, was war los und wie war der Abend? Hat das Ganze etwas gebracht? Hat es Spaß gemacht? Auf jeden Fall kann ich nur sagen. Alles Huf. Und auf jeden Fall gefällt mir dein Kanal, wenn du das hier siehst. Ich bleib bei dir als Abonnent. Finde ich super, macht deine Videos weiter. Wenn euch der Rest des Videos interessiert, den ich auch komplett geschaut habe, könnt ihr auf seinen Kanal. Link steht in der Beschreibung wie immer natürlich. Finde ich super. Ja, gehen wir direkt mal weiter. Es ist doch super. Finde ich auch. Ja, wir kommen bei Ursigs Zockeregge. Und zwar displayt er hier so das Spiel Ton-Ton-Truck. Wie heißt das Ton-Truck? Ich bitte. Auf jeden Fall ein saulustiges Spiel, aber auch ziemlich lustig, mit ihm zuzuhören. Noch eine andere Möglichkeit, die wir benutzt, äh, machen können. Ach, verdammt. So, dann gehen wir dir mal ein... Was, was ihr immer nachher gesucht habt? Oh, sie liebes süßes Etwas. Wir werden uns ein bisschen... Genau. Wir werden dir ein bisschen helfen, damit es ein bisschen besser geht. Hallo, Jim, alter Kumpel. Ihr müsst mich verwechseln. Ich bin weder Eid noch ein Bergmann. Ja, ja, wie auch sei. Zeig uns doch nochmal bitte deinen glorreichen Trick. Der zugegebenerweise ein bisschen langweilig ist. Danke, dass du so nett zu uns bist. Danke, dass du so nett zu uns bist. Und wenn sie Bock haben, dann kommen sie auf den Kanal, hä? Jungs! Jau, ne? Krass! Hat mir echt Laune zum Zuluusen, ne? Ist voll krass, ne? Jau, ne? Eben. Na ja, auf unseren Kollegen hier... Uzi Zockereggel. Jung, der besteht in Beschreibung. Und auch interessant, er macht mit Livestreams als Co-Moderator... Co-Moder... Co-Moderator, ja. Was sind das hier wieder für Fetischpuppen? Verdammt nochmal! Little Big Planet hier, diese ganzen Fetischfiguren. Muss ich auch mal wieder spielen. Ja, okay. Kommen wir noch zur vierten und letzten Person für heute. Ja, heute noch neben Beispiel... Stell ich euch 987 Valdes vor. Ja, hmmm... Worum stelle ich noch vor? Neben den Unreturns 2003 Videos... Hatte auch ziemlich viele Videos... 86 zu Spellforce, den allerersten Teil. Finde ich cool, wenn das mal jemand Let's Plate... Mit auch... Auch Erweiterung wird er dann spielen, den er mal angekündigt hat und so. Auf jeden Fall ziemlich viel zu schauen... Und finde ich auch meiner Meinung nach schon viel zu wenig Aufrufe. Sie sehen das typische Phänomen. Alle drücken aber in allerersten Part drauf. Dann werden es immer weniger. Dann mal ein Zuverklick und hier war irgendwie sonst was dabei. Und schon geht es runter hier ein bisschen. Ziemlich schade eigentlich. Wollen wir irgendwo mal... Ja. Öffnen wir das Tor. Dann kommen die Großarmee... In meinen Lager. So. Spielen speichern. Edony. Ja. Verschallschüsslich... Ja, den großen Verschließ verwenden. Du hast zu öffnen, zähl ich. Erwartet Befehle. Verstanden. Alles klar. Ja, wer sich für Spellfuss interessiert, der kann ja recht mal reinschauen. Ich finde es ist noch cool und noch okay. Klar, man hat seine Nuscheln gemerkt, jetzt bei mir eben, mache ich auch so. Mein Gott, da kann man ja auch mal ein Auge zudrücken. Ich meine, jeder fängt mal klein an. Und ich meine, mit der Zeit verbessert man sich auch. Ich habe mich auch verbessert. Ich habe mein neues Herze gekauft, also mein neues Mikrofon gekauft, habe mich orientiert, besser auszusprechen. Und jetzt geht es auch viel besser als bei meinen allerersten Videos. Und ich finde auch er hier, Valdis, hat auch eine Chance bei euch verdient. Ich meine, bei 86 Parts von Spellfuss, da kann man doch echt mal dran vorbeischauen. Ja, und das waren die irren, verrückten Let's Player von heute eben. Valdis, dann das C4 Rispil LP. Guck mal, das ist so bescheuert. Der Name ist ja egal. Dann kommt Usis Zocker-Egge. Und natürlich Trollshit Let's Play. Ja, habe mich gefreut, euch vorstellen zu dürfen. Und wenn irgendjemand wieder irgendwelche Fragen oder irgendwelche Anregungen hat, unten steht das Kommentar rein. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß bei den Let's Plays und natürlich auch bei meinen Let's Plays. Bleibt am Ball. Part 3 folgt in den nächsten Tagen. Bis demnächst.